Wohl an! Eure Aufgabe sei die folgende. Lege eine Ritterrüstung an, gehe in zügiger Geschwindigkeit auf den wunderschönen Kiliansturm, setze einen Hornstoß ab, gehe in zügiger Geschwindigkeit zurück und meistere deine Endaufgabe. Zerteile eine Melone. Wenn du den Pulli, der hier drunter ist, vielleicht nur ein bisschen hoch ziehst, weil die Kette ist direkt auf der Haut. Los, trau dich! Das war ja nur fürs Volk. Der alte war der Satz ist ja, was sollen dann die anderen Leute denken. Wo ist sie dann? Bleibt niemand! Ich warte schon seit Stunden auf dich, Petra! Höret, höret, höret! Ich bin da! Hand geklappert! Den ersten Teil hast du jetzt gemeistert. Jetzt geht's schnell. Jetzt geht's nämlich wieder runter, aber nicht hier, sondern die Treppe. Man reiche mir mein Schwert. Das gemeine Volk soll mich nicht so sehen. Okay, bis hierhin habt ihr eure Aufgabe gut gemeistert. Jetzt kommt der Endgegner, die Melone. Ein dreifach donnerndes Tandera! Tai! Tandera! Tai! Tandera! Tai! Tandera! 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 T